Hallo Freunde. Willkommen zurück. Willkommen. Willkommen. Willkommen zurück. Ich hoffe es geht euch allen gut. Gut, 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 gut. Heute wollen wir uns einfach einmal beruhigen. Wenn du gerade gestresst bist, dann ist das genau das richtige Video für dich, um ein wenig runter zu kommen. Einfach mal abschalten. Und sich erlauben, mal nichts zu tun. Oft ist es, dass nichts tun das, was wir gerade brauchen. Und es ist eigentlich das Beste, was wir tun können, ab und zu nichts zu tun. Also sieh das als eine, ja, als etwas, das du gerade, als etwas, das sehr wichtig ist, getan werden zu müssen. Nichts. 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 Ainda nicht. Nichts. Ich denke ich, er will eine wirklich치zende Frage. Von Zeigenden. Allez, ich muss euch einfach mal auf Björberg добав大丈夫 in die Kommentare, sondern ich muss miche mit nicht mehr Dank generagner. Stress entsteht eigentlich, wenn wir nicht präsent sind, wenn wir nicht im Augenblick uns befinden, sondern die Gedanken wieder mal davon eilen und uns erzählen, was wir noch alles machen müssen, warum wir nicht gut genug sind, warum es zu spät ist, all der Kram, den wir alle kennen, wenn wir gerade im Moment sind, dann gucken wir uns um und eigentlich ist alles in Ordnung, die Welt geht nicht unter im Moment, wenn wir auf unserer und erkennen, es gibt ja nur diesen einen Augenblick, es gibt ja gar keine Zukunft. Warum mache ich mich so fertig über die Zukunft oder über die Vergangenheit? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn ich nicht jetzt gerade entspannt sein kann und mein Leben genießen kann, irgendwie hat das keinen Sinn, oder? Also schau dich mal um in deinem Zimmer. Es ist alles in Ordnung. Und du musst jetzt nicht irgendwo in Rennen und irgendetwas machen. Ich erinnere dich ab und zu daran, du musst überhaupt nichts, gar nichts. Du machst alles, weil du es möchtest, nicht weil du es musst. Das Geräusch, das ist neu, das habe ich bis jetzt noch nie geschafft zu machen. Ich besprüche unsere Umgebung mal, okay? Mitten auf den Laptop, auf das Laptop. Über dich auch. Natürlich. Und um dich herum. Und unter dich. Wow. Das ist eigentlich zum Schlafen. Sleep, 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 sleep. Sleep, sleep, sleep. Versuch deine Atmung zu beruhigen. Sag deinem Körper, es ist alles in Ordnung. Dein Körper reagiert immer sehr stark, wenn es Stress gibt. Der Arme. Sag ihm, dass alles in Ordnung ist. Er kann sich entspannen. Und zur Ruhe kommen. Er hat sich das verdient, er arbeitet. Ununterbrochen. Für dich. Er kann sich auch mal entspannen. Und es ist auch mal ganz gut, sich ab... Ich bin sorry. Es ist auch mal ganz gut, sich ab und zu zu erinnern, dass wir das Leben nicht so wichtig nehmen sollten, wie wir es immer tun. Das ist normal für uns Menschen. Dass alles super wichtig ist. Und eigentlich hinter diesem super wichtig Gesicht. Sorry. Ich habe etwas zu erledigen. Ich bin wichtig. Ich muss da hin. Ich bin auf einer Mission. Lasst mich vorbei. Ich habe keine Zeit, um herzuschauen. Ich habe keine Zeit, dir in die Augen zu schauen oder dich anzulächeln auf der Straße. Ich bin wichtig. Da steckt eigentlich Angst dahinter. Angst. Auch wenn er das nicht weiß. Existenzangst. Wenn die Angst weg ist, dann ist auch die Wichtigkeit weg. Und dann läuft man ganz anders durchs Leben. Das kann ich dir sagen. Also vergiss nicht, dass was gerade bei dir passiert ist, ist nicht der Weltuntergang. Und auch nicht der Untergang für dich. Du kannst nicht untergehen. Niemals. Deine Reise geht nie zu Ende. Niemals. Niemals. Entspann dich. Du hast noch unendlich viel Zeit. Du hast die Ewigkeit für dich. Um alles zu erledigen, was du willst. Einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Du hast unendlich viel Zeit dafür. Also entspann dich. Beruhige dich. Es geht nie etwas zu Ende. Auch wenn es so aussehen mag. Ein Ende ist nur ein Beginn von etwas anderem. Du hast du schon mal. alles gut alles ist gut denke mal daran, dass alles gut ist egal wie es im außen aussehen mag alles ist gut bei dir innen drin ist alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut tuk 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 ich hoffe du bist schon ein bisschen entspannter als am Anfang des Videos versuch auch alles aus einer höheren Perspektive zu sehen das hilft immer sehr gut und gut 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 Ich hab noch ein... ...Händchen. Ich wollte eigentlich nicht das Handy nehmen. Ich hab noch so einen Schreibblock vom letzten Video hier rumliegen. Darauf wollte ich auch noch tappen, weil es macht mega Geräusch. Ich möchte mal das hier erneuern. Ist schon ein bisschen ausgeleiert. Ich hab die Blumen des Lebens so draufgeklebt. Ihr seid alle geliebt. Und das ist die Wahrheit. Ihr seid alle ein Teil des Universums. Ihr werdet so was von geliebt. Oh my goodness. Wenn ihr das spüren könntet, ihr würdet heulen ohne Ende. Das ist wahr. Jeder von euch wirklich ausnahmslos. Jeder. Jetzt Achtung, das Tapping. Das ist so schön. 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 Das war's für heute. So ein Plastik-Ding, kannst du irgendetwas reinlegen, vielleicht in die Stifte und vorne kannst du deine Karten reinmachen, deine Kreditkarte vermassst, damit wenn du unterwegs bist, da ist schon alles bei dir, dann sitzt du so im Café und schreibst irgendwas, ganz cool. So, machen wir noch den Stift hier rein. Okay Freunde, ich hoffe das Video hat euch geholfen runterzukommen, euch zu beruhigen, vielleicht eine andere Perspektive auf eure derzeitige Situation zu gewinnen. Und ich habe euch alle lieb, vergesst das nicht. Ihr seid ganz tolle Menschen und ihr seid auf dem richtigen Weg, okay. Auch wenn es gerade nicht so scheint und auch wenn ihr irgendwie nicht zufrieden seid mit euch selbst. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Okay. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye-bye.